Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Ifinity und zwar 4 Ja, ich hatte noch mal Bock und Zeit und da dachte ich, zocke ich doch mal weiter So, was hatten wir letztes Mal gemacht? Den Hebel umgelegt Dann holen wir uns jetzt erstmal die Munition, würde ich sagen oder wir crownen direkt drüber auch cool Moment Wo war denn jetzt da? X war Boah, totale Umgewöhnung mit dem X Hmm, ein Blutbad, würde ich sagen Ich werde ihn jetzt nochmal schlagen Verdammt Ah Okay Ja, mit der Steuerung, das üben wir nochmal Oh, wieder irgendwas aufgesammelt Kann sein So, dann ist ja wohl nix mehr, gehen wir mal weiter Ah Oh, Gegner Erwischt Erwischt Da war noch einer, hab's genau gesehen Komm raus, komm raus, komm raus, wo bist du Das müsste auch tot sein Ich find's seltsam, dass die immer die Kopfschlüsse überleben Ich mein, so'n Helm ist wär schön und gut, aber Ich glaub nicht, dass das, äh von einem direkten Kopfschluss mit so einem MG schützt Jedenfalls kann ich mir nur schwer vorstellen Hm Hm Hier raus oder da hinten raus Da hinten sind wir wahrscheinlich hier rausgekommen, oder? Hm Direkt Da hinten raus Ja 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 Ich bin Ich bin Ja Ja Okay, auf Distanz vielleicht nicht so gut die Waffe Oh, ich höre ausm die Ecke Na ja, nicht so schlimm, wir haben es ja, wir haben es ja Ich will die ganze LF drücken vielleicht, ich weiß auch nicht warum Seltsam Ist hier sonst noch irgendwas, irgendeine Verbesserung vielleicht oder so Ne, nein, nichts, schade Da oben ist er wahrscheinlich hin Aber hier geht es auch noch runter Okay, erst mal runter Huch, was war das denn? War das ein... Oh klar, oh Gott, mein Face Da ist er schon wieder Geh weg du Huch, volle Geräusche Hm, warum kann man hier rein wenn hier nichts ist? Finde ich ja schon wieder so ein bisschen nötig Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Na ja, andererseits verstärkt ist die Atmosphäre, wa? Hm Vielleicht hätte ich doch erstmal hoch gehen sollen Das sieht mir hier so aus, als wenn es hier direkt weiter geht I'm sorry Da lass ich so viel rumrennen Aber ich will mich halt hier umgucken, ich will das ja genießen, ne? Jetzt kommt es, ich kann da bestimmt gar nicht hoch Oh Gott Ja, das war natürlich ein Griff ins Klo Hätte ich aber auch eben drauf kommen sollen Na ja Schnell wieder zurück Können wir uns weiter gruseln Help us, keep this area clean Okay, was gibt das? Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Wacke Hp boost Hp boost Wacke Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Hp boost Na, ob das so gesund ist, da runter zu springen? Wuppa! Wuppa! Hey der! Muss jetzt wegrennen wahrscheinlich, wa? Verdammt. Keine Sorge, nix passiert. Ich lebe nach. Hannibal3, was sein Name. Eine bliebige Taste drücken. Wo ist sie? Er lebt. Soll ich eine Eva Keinheit rufen? Er scheint unverletzt zu sein. Aber ich weiß echt nicht wie er überlegen konnte. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, wir sind in der nahe dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen und zwar schnell. Wie hin? Suchen Sie weiter nach Jakowski. Ich empfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können ihn nicht allein reinschicken. Das ist Wahnsinn. Er kann auf sich umpassen. Und jetzt los! Was? Hast du an mir gezweifelt? Sie vertraut mir. Sie sollten sich lieber auf den Weg machen. Das ist ja gut. Ich verschwinde ja schon. Ich bin ja nur gerade aus dem Fenster geflogen. Ein bisschen höflicher geht's auch. Mh, lecker. Genau. Tomcat, ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung erschicken. Meine Leute wurden eben zum HQ von Armekem abkommandiert. Da läuft was ganz großes. Ach nee, meine Leute sind da mitten drin. Schon verstanden? Ich wünschte, ich hätte hier da bergen. Sind es dieselben Gangster? Sieht so aus. Ich hab noch keine Details. Hm, Gehirnmasse. Ich weiß nicht, bei dem ganzen Umgeballer war das da von Anfang an ein verdeckter Ansai- Ein- Ansatz, genau. Einsatz. Hehehe. Ich hab aber auch eine hässliche Lache. Das ist zu. Mal gucken, mal eine Nachricht. Sie haben eine neue Nachricht. Mike, was zur Hölle ist da drüben los? Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Ja Mike, hast du wohl nicht gemacht, ne? Was ist hier? Hier können wir noch runter. Hm. Hm. Oder? Slippery when wet. Boah, ich glaub, das ist das schlimmste Übel, was hier unten sein kann, oder? Ist das nicht so was für eine Kläranlage? Oh, ich kann drüber jumpen. Oh, ich kann drüber jumpen. Ach, wieder so ein Reinfall. Hier ist ja wieder nichts gewesen. Verdammt. Dann drücken wir mal den Schalter. Lass mich raten, da kommen Gegner raus. Ganz zufällig. Oder? Oder von da? Oder von da? Oder auch nicht? Was? Das sah schon so offensichtlich nach Falle aus und da kommt kein Gegner. Das ist seltsam. Ab in die Kanalisation, ne? Quaschen. Oh. Gruselig, gruseliger, Abflussschächte. Nichts. Unskilliert. Ey. Hör auf, da hinter mir umzurennen. Herzschlaf. Oh. Warte. Na, dann gehen wir mal jetzt mal drauf. Trappe. Leiter, mein ich natürlich. Oh. Sieht ja... Sieht aus wie Gegner da hinten. Oder war das dieser Vettel? Cola-Dose? Hm. Yummy. Schwimm gerade im Miniat. Wo? Na, ich wusste, ich muss mich dummen. Das war auch ein Riese. Auf meine Läume nicht zusammen, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ego 12, wir haben möglicherweise einen Eindringling in Ihrer Nähe. Wir haben nichts gesehen. Forscher, Torsten, Augen auf! Ein Eindringling? Bin ich das? Was? Hauptsache, wenn hier noch jemand ist und der das nicht gehört hat, muss er ziemlich dumm sein. Er war ziemlich dumm. Wo? 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 Okay. Noch irgendwas hier? Schatzleben. Juhu. Noch was? Nein. Muss er irgendwas aufgerufen haben. Granate vielleicht. Hm, 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 hm. Dann holen wir uns erstmal die Leben da unten. Boah. Da musste ich mich kurz in den Stirn kratzen. Hiiii, so. Da. Naja, ne Granate. Das sind wir wahrscheinlich im Loch. Hm. Und hoch da. Bisschen Licht schadet nicht. Bisschen Licht schadet nicht. Ach, gesehen. Verdammet. Das müsste es gewesen sein für die beiden. Yep. Vielleicht sollte ich in diesen kleineren Räumen doch lieber die andere Waffen nehmen. Also. Oh je. Zurück geboostet. Erstmal Raffen aufhören. Ne, die wollte ich haben. Ja. Ups. Super schlimm. Und da scheint es weiter zu gehen. Ja. Mal nach da oben. Cool Atmosphäre. Okay. Okay. Ich hab was vergessen vielleicht auch noch. Wunder. Ich denke nicht. Geh kaputt. Geh kaputt. Hm. Kann ja auch mal gucken. Hm. Sieht nicht so aus wie. Okay. Okay. Gegner. Also wird jetzt wieder ein bisschen Zeitlupe benutzt. Oh. Er lebt immer noch. So. Da haben wir die doch erwischt. Oh. Ne. Nicht so leicht Junge. Nein. Nicht so leicht. Ich glaub das war's für den. Yes. Na. Ich wollte das scheiß X treffen. Ähm. Da. Ein bisschen HP. Wir haben ja nur 1 HP verloren. Oh. Voll. Okay. Äh. Z nimmt von Milipax. Ah. Wir haben doch mehr. Ich hab doch. Sechs hab ich sogar verloren. Huch. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Dass er so viel war. Ähm. Ja. Irgendwas. Ne. So. Gucken was hier ist. PC. Ja. Das ist der alte Mac. Ne. Von. Puh. 1998. Oder so. Oh. Noch die schöne Röhre. Lass mal alles nehmen. Oh. Das sieht mir besser danach aus. Jep. Ein paar Gegner. Na, oh. will die Granate werfen. Haben wir noch nicht gemacht. Weiß ich auch gar keinen Gegner. He? Ich habe es wohl erwischt. Mit einer Granate? Das kann nicht sein.